Skull & Bones schließt KonsolenspielerInnen aus, Diablo 4-Fans suchen verzweifelt nach dem Q-Level und der ehemalige GTA-Chef macht ne neue Firma auf. Moin zusammen, Lenny hier mit den News. Ich hab gestern die Final Fantasy 16-Demo durchgespielt und bin noch immer hin und weg von dieser Game of Thrones-Fanfiction mit Anime-Figuren. Und die heutige Ausgabe wird euch wieder präsentiert von der Zotac Gaming GeForce RTX 40-Serie, powered by Nvidia DLSS 3, dem KI-geschützten Leistungsmultiplikator für noch mehr Frames. Weitere Infos dazu in der Videobeschreibung. Danke für die freundliche Unterstützung. Keine Skull & Bones Beta für Xbox und Playstation Fans. Die Ehrfahrt geht weiter. Der Piraten-Simulator Skull & Bones ist ja bereits x-mal verschoben worden und selbst auf der Ubisoft Forward im Rahmen der Nicht-E3 gab's kein neues Release-Datum. Stattdessen inszenierte man das Spiel mit ner Seemanns-Gesangseinlage und verkündete zumindest, dass vom 25. bis 28. August eine geschlossene Beta stattfinden soll, in der ihr das Spiel anzocken könnt. Jetzt stellt sich allerdings raus, das geht nur, wenn ihr einen PC habt. Denn obwohl man sich auf der Ubisoft-Webseite lange auch auf Xbox und Playstation für die Probefahrt vormerken lassen konnte, sind diese Optionen mittlerweile klammheimlich verschwunden. Wie die Webseite Insider Gaming von einem Entwickler auf dem offiziellen Skull & Bones Discord erfahren haben will, war die Beta angeblich nie für Konsolen vorgesehen. Warum's dann trotzdem die Anmeldeoption dafür gab? Keine Ahnung. Vielleicht ist das nur ein unglücklicher Fehler, vielleicht aber auch ein schlechtes Vorzeichen für den aktuellen Zustand der Konsolenfassungen. Im Februar gab Ubisoft gegenüber PC Gamer noch bekannt, dass es auch eine verbesserte Version des Spiels gäbe, die noch nicht mal Playtester gesehen hätten. Vielleicht hat die nun aber Probleme auf Konsole? Wir wissen's nicht. Es bleibt auf jeden Fall weiter abenteuerlich bei Skull & Bones. Oh, und für die Closed Beta könnt ihr euch weiterhin anmelden. Halt nur auf PC. Sogar Blizzard selbst sagt, es gibt in Diablo 4 kein Q-Level. Das hält engagierte SpielerInnen aber trotzdem nicht davon ab, wie verrückt danach zu suchen. Das legendäre geheime Q-Level ist eines der liebsten Running-Jokes der Diablo-Gemeinde. Es nahm seinen Anfang als Witz unter Fans des ersten Diablo, die in Tristram eine Herde Rinder sahen und sich bescheuerte Wege ausdachten, wie man mit denen in ein verstecktes Gebiet kommt. Das wurde dann mit dem Endgame-Content Moomoo Farm in Diablo 2 Realität. Hier wird euer Charakter von einer Horde Höllenkühe attackiert und muss den Cow-King töten. Zuletzt gab's in Diablo 3 dann Not the Cow Level, eine Hommage an das Rindergebiet, das zum dritten Diablo 3 Jubiläum eingeführt wurde. Im aktuellen Teil 4 gibt's aber momentan noch keinen Q-Level. Das hat Entwicklungschef Rod Ferguson im Interview mit Kinda Funny Games vor zwei Wochen nochmal versichert. Ja, mehr noch, es soll überhaupt keine geheimen Level im Spiel geben, um den geerdeten Ton von Diablo 4 zu bewahren. Zumindest für den Moment. Aber was interessiert Diablo 4-Fans Rods Geschwätz von gestern? Auf Reddit ist man sich sicher, the Cow Level is real und die Spekulationen sind wild. Reddit-User Altnob sammelt alles in einem Post und so wird notiert, wo es versteckte Quests oder Portale geben könnte und was für mysteriöse Dinge manche NPCs sagen. In Kate Badu werden Ochsengötter erwähnt und Dataminer suchen nach Objekten im Spiel, die mit dem Level zusammenhängen. Es wird sogar der Kopf einer Kuh in die Map eingezeichnet. Das Bermuda-Kuh-Dreieck, schreibt ein User. Aktuell ist die Suche erfolglos, aber bei so viel Enthusiasmus ist es sicher nur ne Frage der Zeit, bis die erste Spielerin das Level findet. Oder Blizzard sich erbarmt und es selbst einbaut. Dan Hauser ist wieder umtriebig. Jetzt hat der Ex-GTA-Chef, der in der Story von so gut wie jedem Grand Theft Auto mitgeschrieben hat, wieder eine neue Firma vorgestellt. Die heißt Absurd Adventures und soll neue Marken auf allen Plattformen und Formaten erschaffen. Auf der firmeneigenen Webseite gibt es einen kryptischen Trailer mit Stock-Footage von tanzenden Frauen, Schweinchen, die zu Steak werden und tanzenden Zombies. Das endet mit der Tagline Absurd Adventures, Storytelling, Philanthropie, Ultra-Butale. Wer dazu mehr wissen will, kann sich auf der Webseite auch für ein Newsletter anmelden. Hauser hatte Rockstar nach einer längeren Pause 2020 endgültig verlassen. 2021 wurde bekannt, dass er eine neue Firma gründet. Sein Weggang folgt auf das Ausscheiden vom ehemaligen Rockstar-North-Chef Leslie Benzies, der die Firma 2016 nach einem Rechtsschreib über 150 Millionen Dollar in ungezahlten Tantiemen verließ. Benzies gründete 2017 sein eigenes Studio Build A Rocket Boy und arbeitet dort am Open-World-Spiel Everywhere. Sonys First-Party-Titel werden auch in Zukunft nicht direkt zum Release in Playstation-Streaming-Service Playstation Plus Premium landen. Das hat Sonys Abo-Chef Nick Maguire GamesIndustry.biz bestätigt. Man sei aktuell mit der Strategie zufrieden, Spiele erst zu einem späteren Zeitpunkt ins Streaming zu stellen. Weil das bedeutet, dass man mehr Kunden mit einem Titel erreichen kann, auch 12, 18 oder 24 Monate nachdem er erschienen ist. Ausnahmen wie das Katzenabenteuer Stray, das direkt zum Release Teil von PS Plus wurde, würden nach Möglichkeit entschieden. Damit bestätigte Maguire noch einmal die Aussagen von Playstation-Boss Jim Ryan, der einen Day-One-Release von First-Party-Titeln letztes Jahr ebenfalls ausschloss. Er sagte damals, dass eine Direktveröffentlichung die Qualität von Playstation-Titeln beeinträchtigen könnte und Sony nicht das Investment aufbringen könnte, um das zu bewerkstelligen. In direkter Konkurrenz zu Xbox Game Pass will Sony damit offenbar nicht reden. Microsoft veröffentlicht schon seit Jahren jeden ihrer First-Party-Titel direkt im Game Pass. Grasshopper Manufacture, das Studio von Entwicklerlegende Suda51, arbeitet an einem Remake zu ihrem 2011er Action-Adventure Shadows of the Damned und einem mysteriösen neuen Spiel. Das Shadows-Remake war bereits während des Countdowns zur Devolver Direct letzten Donnerstag angekündigt worden. Nun hat Grasshopper gestern auf seinem eigenen Grasshopper Direct nochmal einen neuen Trailer nachgereicht. Der bietet zwar noch kein Release-Datum, dafür aber den Hinweis, dass das Spiel für alle aktuellen Plattformen erscheint. Also vermutlich. Am Ende des Trailer heißt es, coming to all current platforms, probably. Während der elfminütigen Präsentation gab es außerdem einen kurzen Blick auf ein neues Spiel, an dem Grasshopper offenbar arbeitet. Denn am Ende der Show stapfen die Moderatoren zu Suda persönlich, der auf einem Fernseher ein Spiel mit einem dunklen Wald spielt, das er direkt pausiert. Ist das okay? fragt Suda. Unser neues Spiel ist direkt auf dem Bildschirm hinter mir. Der Hauptcharakter des Spiels ist aber vorsichtshalber ausgeblurrt. Macht also mit dieser Informationen, was ihr wollt. Und zum Abschluss noch etwas GameStar-Werbung. Wenn auch ihr euch an der Suche nach dem Q-Level in Diablo 4 beteiligen wollt, dann kann ich euch unser GameStar-Sonderheft zu Diablo 4 nur wärmstens ans Herz legen. Die Black Edition enthält jetzt vielleicht nicht den geheimen Trick, wie man zu den Kühen kommt, ist aber auf 180 Seiten vollgepackt, mit Guides, Klasseninfos und allen Hintergründen zum Spiel. Das Heft liegt seit heute am Kiosk oder ihr kauft es beim GameStar-Online-Shop. Da müsst ihr allerdings schnell sein, denn dort ist es bald ausverkauft. Ihr kriegt aber das kostenlose E-Paper dazu. Also schnell mal auf GameStar.de slash Diablo surfen und in den Warenkorb legen. Und das waren die News für heute. Ich wünsche euch ein erholsames Wochenende mit vielen coolen Spielen. Nach Final Fantasy werde ich selbst wohl wieder in Zelda versinken. Was zockt ihr so? Wenn ihr noch weiter schauen wollt, dann doch vielleicht… hier Pauls Video zum Cyberpunk-DSC Phantom Liberty oder hier Jakobs Preview zu Starfield. Wählt wie immer weise, Liebe geht raus!